Autolotto, nächsten Samstag in der Wirzweckhalle in Nebiken. Nur zwei Minuten ab der Autobahnausfahrt. Jeden Gang, Matchgang und zwei Reihen Lotto. Das tolle Auto gibt es zu gewinnen. Weiter Feriengutschein, digital Filmkamera, Leiterwagen gefüllt mit Lebensmitteln. Wert inklusive Leiterwagen, 800 Franken. Wellnessferien, Fleischkörper und Goldpreise. Insgesamt Gewinn im Wert von total 35'000 Franken. Die Türöffnung ist am 6. Auf dich wartet sofort eine gute Küche. Und das Lotto startet am 8. Gerade am Anfang gibt es eine Gratisverlosung. Der erste Gang ist gratis. Die ganze Halle ist bestuhlt. Profitier von Tourkarten und nimm das Glück mit. Auch die eigenen Karten sind erlaubt. Besser wieder jetzt die Plätze unter den Telefonnummern 062 756 252 oder unter www.auto-lotto.ch Freundlich lässt dich der MSV Altishofen Nebiken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.